Heimat. Ein Zuhause. Ein Ort, an dem du dich sicher fühlst. Wo Menschen leben für die großen und kleinen Träume. Mit der Überzeugung, das Richtige zu tun. Und das Wir vor dem Ich steht. Vereint durch Werte. Wo man heute schon ein Morgen denkt. Und wo Freiheit tief verankert ist. Mit Vielfalt als Stärke. Stets bereit, füreinander einzustehen. All das gilt es zu verteidigen. Dafür stehen wir ein. Schweizer Armee. Verteidigt.